Das ist ein Preis weniger der Vergangenheit als ein Preis der Zukunft und das wissen unsere Jurymitglieder. Da wird noch vieles kommen, vor allem vieles Positives. Jetzt habe ich ganz weiche Knie, das ist ja Wahnsinn. Deswegen ist es so etwas Besonderes, so einen Preis zu bekommen, weil ich hatte nie gute Noten in der Schule und deswegen ist es Wiener 1 und das ist etwas sehr Besonderes für mich. Und natürlich bedanke ich mich auch mal beim Papi. Nee, also wirklich vielen Dank und einen schönen Abend noch, danke. Der Audi Generation Award in der Kategorie Medien im Jahr 2014 geht an Jochen Breyer. Jochen, herzlichen Glückwunsch. Komm ruhig zu uns. Für mich gilt, dass meine Familie, wozu ich meine Freundin Nicola zähle, einen erheblichen Anteil an meinem Erfolg hat. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei der Jury, bei der sehr hochkarätigen Jury, dass ich dieses Jahr diesen Preis bekomme. Ja, also das ist natürlich eine riesen Ehre für mich, mit diesem Award ausgezeichnet zu werden. Möchtest du deiner Frau noch etwas sagen? Ja, verheiratet sind wir schon, aber ich glaube sie. Wer solche Mannschaftskameraden hat, der bekommt heute Abend zu Recht den Audi Generation Award in der Kategorie Sport. Christoph Kramer. Herzlichen Glückwunsch. Und dieser eine ist Jerome Boateng. Herzlichen Glückwunsch. Und für mich auch ein weiteres Highlight, weil es gleichzeitig für mich heute die letzte Veranstaltung ist, die ich hier in der Gesellschaft in München begleite. Mein Nachfolger sitzt schon unten, guckt schon ganz gespannt, wann ich die Bühne endlich verlasse. Alexander Schumacher. Ja Mensch, was sag ich jetzt da? Ich freue mich riesig, riesig, riesig über den Preis. Es ist einer der ersten Preise, die ich jemals gekriegt habe. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, diesen Preis werde ich auch schön aufteilen, in Stücke schneiden und allen verteilen. Danke viel, viel mal. Das ist witzigerweise, das ist wirklich mein erster Preis, den ich jemals gewonnen habe. Da ist er. Aber jetzt wird gefeiert. Ich will alle Hände sehen, jetzt auch hier da oben. Wo seid ihr hier, München? Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf Fein und Tag, Unendlichkeit. Und dann wird gefeiert. Vielen Dank! Vielen Dank!